du möchtest auch wie youtube videos hochladen aber das weißt du leider nicht dann werde ich zum dritten mal zeigen wie du auf videos auf youtube richtig holst dieses video zeigt in 20 minuten wie du videos auf youtube richtig holst let's go hallo herzlich willkommen bei firma karls beginn sagen mein name ist akim hassan altitas und heute leider ohne gast aber allerdings ich wollte sagen von dm ihr wisst was los sehr freunde ihr wisst ja was meine ja heute gesehen das thema und herzlich willkommen auf meinem youtube kanal heute geht nun das thema herzlich willkommen auf meinem neuen video und ja heute geht es um das thema youtube videos richtig hochladen mit youtube stutt ich empfinde den zweiten teilen zu gucken da habe ich mal erklärt hier oben um rechts kannst du klicken empfinde ich den zweiten teilen zu gucken wie man auf youtube richtig hochladen habe ich schon mal erklärt jetzt geht's los freunde m diese titel ist der wichtigste diese diese hier genau und ist auch ja und das schöne ist dass ich überzogen kann was ich will und das beste ist dass ich youtube videos richtig hochladen kann ich muss noch lernen bis gleich weiter geht es weiter geht es weiter geht es auch sehr wichtig ich sag's euch ich sag's euch ich müsste ein eigenes bestellen ihr dürften nicht eins von den drei auswählen sondern ihr müsst dann ein eigenes erstellen wenn ich bin ich sehe wenn ich von meinen kollegen da sehe dass er einen standardfakt nimmt gibt es richtig ich storing hier bekommt keinerlei der hol Fund wurde indication aktuell denn das ist bekannt recht ihr weiß ich weiß ich wünsch dir an b 8 god werden sich vom Text nein also ich möchte das auf eigener ist ich möchte mich dass ich böse Freunde jetzt ist das Video fertig yes so gehen wir weiter Infokarte kurz anfangen eure Freunde teilen WhatsApp Insta und so weiter die Böden klicken das war es das war es Aber früher hatte ich mich gefragt, wie haben die diese Texte, das habe ich mich früher gefragt, das habe ich gefragt. So, überprüfen wir mal. Abspannung, Infokan haben wir, alles haben wir, okay. Dann ist es Zeit zu veröffentlichen. Dann werden die Opinetten wieder erstickt. Freunde, es geht weiter, das war hochladen, wir haben jetzt das Video veröffentlicht. Jetzt gehen wir auf den Kanal und wollen meine Kanalschäle angucken. Und so weiter. Freunde, wir machen Pause. Nach der Pause geht es weiter. Bruder, jetzt geht es weiter, ähm, ja, ihr, ihr habt mir geschrieben, ihr habt mir geschrieben, dass ich, ähm, 20 Minuten Video aufnehmen soll, es mache ich auch. Freunde, ähm, ich mag Freunde Kontakt. Freunde, wir machen uns 20 Minuten, leider, es tut mir leid, ähm, ich würde sagen, wir enden jetzt das Video, ähm, abonniert jetzt diesen Kanal, damit ihr nicht mehr verpasst, und die Glocke aktivieren, damit ihr nicht mehr verpasst. Ich würde sagen, ich würde sagen, tue es.